Das ist Ali. Ali geht heute zum Zahnarzt, um seine Zähne auf Vordermann zu bringen. Aber halt! Ali hat eine E-Card von Mustafa. Denn Ali ist, im Gegensatz zu seinem Cousin, gar nicht versichert. Die Praxis akzeptiert die E-Card nicht. Denn dank der FPÖ muss künftig auf jede E-Card ein Foto. Ein Missbrauch soll verhindert werden. Ein Missbrauch, dass jene sich um unser Sozialversicherungssystem schummeln, die einfach keine Sozialversicherung gezahlt haben. Deshalb ist das Foto auf der E-Card von großer Bedeutung. Recht gehabt, Ali. Es heißt nun Sozialmissbrauch ad.